herzlich willkommen auf hemmelsalp tv ja heute mit ein bisschen verstruppelte frisur übrigens habe nur nichts getrunken aber ich möchte mich erstmal bei euch bedanken warum ihr habt es möglich gemacht ich habe jetzt die 1000 abonnentenmarke erreicht ich danke euch von ganzem ganzem herzen ja und dafür kriegt ihr von mir erst mal einen daumen hoch und dafür mache ich jetzt hier dieses flächlein auf und tränke auf euch ein gläschen bzw ein gläschen sekt ihr habt es mir ermöglicht dass ich hier heute sitzen mein geburtstag feiern dann auch noch 1000 abonnenten leute ich bin so froh dass ich es jetzt geschafft habe und viele von euch haben es gesagt du schaffst es noch in diesem jahr und ihr wisst das jahr ist nicht mehr lange ja vielleicht schaffe ich ja noch vielleicht die 1500 in diesem jahr schauen wir mal ja aber den hier den trinke ich auf euch weil ihr meine videos immer gerne anschaut und mir immer so einen haufen daumen hoch gibt liebe nette kommentare schreibt zum beispiel wieder alles gute nachträglich zu meinem geburtstag und so weiter und so fort dafür danke ich euch von ganzem herzen ihr habt es verdient ich bringe euch gute videos ja und ihr dankt es mir mit einem abo und mit einem daumen nach oben und deswegen von ganzem herzen von mir dankeschön an euch und ich hoffe es wird immer so weitergehen und es wird noch mehr werden und ihr würdet meine videos weiterhin lieben vielen dank wenn euch dieses video gefallen hat dann lasst mir wie immer einen daumen da ansonsten sage ich danke für zuschauen fürs zuhören bis zum nächsten video auf msa tv bleibt mir gewogen und bitte bleibt gesund